Hoi Leute! Kamera lebt noch, oder? Filmt noch scharf? Ja, ist noch scharf. Ist noch scharf. Oh, warte, was hat geklingelt? Ich glaube, das habt ihr gehört zwar ganz leise. Äh, ja, warte. Warte, ich komme gleich wieder. Äh, nee, warte, warte, warte. Na, wohl. Doch, ich lasse euch da, oder? Doch, ich lasse euch da. Ich hol's kurz mal, bis gleich. Und wieder da. Hä? Warte, ich mach mal kurz hier das Paket auf. Okay, ich guck da nicht rein. Ich guck da nicht rein. Ich guck mit euch rein. Guck mal, aber hier ist richtig... Hä? 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 Also, ja, stimmt. Bleh. Hä? Ich dachte nur für Fortnite. Okay. Ich geh hier. Oh, hier ist eigentlich ein Gummitier. Ey, hier ist ja noch so ein Gummitierchen. Nicht schlecht. Ja, guck, guck. So. Tja, das Leuchteffekt. Ich guck mir nicht, komm blöd. Warte mal. Doch, das hat so ein bisschen Leuchteffekt. Cool. Echt nicht schlecht. Warte, ups. Warte mal. Unser Alamander hier ist gerade runtergefallen. RIP aber. Ja, hier packen wir wieder da hin. Oh mein Gott, Leute. Können... Ihr das lesen. Oh, Junge, habe ich mich gerade erschreckt. Junge, das ist einfach ein Fisch. Ey, aber cool. Boah, krass. Leute, das ist ja meine Ausbeute heute. Ich bestelle noch welche. Ja. Und ich muss die Boxen hier aus dem Strick schicken. Aber hier, das muss ich nicht schicken. Nur halt jetzt die Box. Weil er hat nur eine Box, hat er zu mir gesagt. Also, falls ihr euch wundert, warum ich immer wieder dieselbe Box kriege. Ja. Ich find's blöd, dass der Hersteller seinen Namen nicht draufgeschrieben hat, find ich blöd. Ja. Das war mein kleines Unboxing. Das war mein kleines Unboxing. Das war mein kleines Unboxing. Tschüss. 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 Tschüss.